Und die Musik haben Sie vielleicht schon längst erkannt. Die Beatles stehen hier bei. 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 Aber choreografisch, sehr schön bisher, das Ganze aufgelöst. Aber das ist noch nicht alles. Das, was Isabelle uns im Galopp teilweise jetzt zeigen wird, das ist spektakulär. Das ist noch nicht so. Jetzt wissen wir, wo wir jetzt zu Hause sind. 74,1,7. Hoppla, schade, schade. Warum springt ihr da nicht weiter, die Zweier? Untertitelung. BR 2018 Starker Galopp, alles riskierend. Und jetzt das Zurückführen in die Galopp-Pirouette. Mit ein, zwei Galoppsprüngen in der Versammlung. Höchster Schwierigkeitsgrad. Und nochmal die fliegenden Wechsel von Sprung zu Sprung, a tempo. Und nochmal erwartet uns gleich ein starker Galopp. Und daraus leitet sie eine Piaffe in der Pirouette an. Und aus dieser Piaffe in den starken Trab, die Schlusssequenz ihrer Kür einhändig geritten, reitet sie auf den Schiffrichter zu. Isabel Wert mit einer tollen Leistung und Anthony. Bitteschön, wir können es auch umdrehen. Anthony mit einer tollen Leistung und Isabel Wert. Z �óson, wir können es auch umdrehen. 緊 werfe. посмотрим. обще merg' mit einer tollen Rolle. Knapp! kroonGL Knapp! 2019 6-KI Sound! Untertitelung des ZDF, 2020